So. Ich wollte gerade sagen. Das ist gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. So ist das Problem. Wir liegen hinter dem Zeitplan. Moment, die Kabel hier sind korroniert, aber ich kann das überbrücken. Ich bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgegeben. Wir müssen... Hey! Jacob! Sophia! Meine Schilderung ist hier! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Autsch, 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 Autsch. Links oder rechts? Okay, rechts. Rechts lang? Das kann mich ein bisschen überraschen, das Ganze. Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich! Das ist nicht gut. Moment! Ich glaube, ich kann! Okay, okay! Ich kann die Konsole mit Strom versorgen! Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß! Lasst mich kurz mal was versuchen! Verdammt! Der auf! Okay. Was? Da ist der! Das ist der! Äh? Dämliche Typen. Da vorne sind noch Pilze. Oh, ein Messer. Ein Kampfmesser, ja voll geil. Nahkampf, mal anders, ohne ohne der den Eispickel. Seil abschneiden. So. Super, easy, kein Problem. Es ging locker rüber. Ich bin ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Pinsons floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich rührte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Edle Bemühungen. Sowjetmacht. Er erwähnt Artefakte und Einheimischen. Jakobs, Leute. Könnte man meinen, gell? Hier macht sie wieder ein Knicklicht an, wo es hell ist. Wieso? Wow, das war knapp. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Hm. Die Outfits interessieren mich nicht, auch wenn die Attribute haben. Ich hätte noch Fähigkeitspunkte gehabt. Ja, aber die hebe ich mir mal auf. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Okay. Okay. Da ist keiner mehr. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, für dich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Mr. Männer, so wert macht. Die Sowjets haben große Maschinen in die Höhle geabstylt. Ein sehr grobes Vorgehen. Das lag noch Holz. Neue Ausrüstung erhalten. Upgrade-Werkzeuge. Werkzeuge schalten, neue Waffen-Upgrades-Ringe. Für alle Waffen frei verbessern sie. Ja, Waffen in Basislager. Schön. Sehr schön, schön, schön. Geht langsam vorwärts hier die ganze Geschichte, gell? So, da ist nichts. Da ist noch Holz. Achte, oh. Ja, genau, jetzt auf einmal. Ja, nee, ist klar. Guckt jetzt mal an, wo das hier bei hingeht. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück lägen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Widerstand, so wertmacht. Die Leute des Tals revoltierten, aber die Sowjets übten noch mehr Druck auf sie aus. Mhm. Mhm. Da hinten geht es auch noch weiter. Guckt euch das an. Das ist halt die Frage, wo geht man als erstes hin? Ich kann die Tür mit diesen anderen Kabeln aufreißen. Das ist halt die Tür. So, wir gucken erst mal. Da ist eigentlich nichts Großartiges. Beile und Bogen. Jo. Dann kurbeln, ne? Jo. Und auf mysteriöse Art und Weise hat sich ein weiterer Weg geöffnet. Oh, voll gut. Oh, voll gut. Ey. Oh, der war gut im Pfeil. Oh, voll gut. Oh, voll gut. Oh, voll gut. Oh, voll gut. Okay. Hier war irgendwo noch was am Leuchten. Hier war irgendwas am Leuchten. Wo war denn das? War das rechts oder links von mir? Das geht da, 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 da. Karte aktualisiert. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzverstecker entdeckt. Ja. Und wo geht es jetzt für uns weiter? Und wo geht es jetzt für uns weiter? Ah. Ah. Ah, das hätte ich nutzen können. Okay. Das hätte ich nutzen können. Ach, da geht es weiter. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adeligen. Hm. Die Klinge ist in der Nähe des Griffes abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Ja. Das. Was ist das? Ja. Haus. Was ist das? Töhnchen. Hier. Ja. Okay, um, I see. Okay, um, I see. Oh, hier ist ein Lagerfeuer, wie gut. So, weiter gehen wir. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hm. War die Leiter vorhin auch schon da? Ich glaub's ja nicht, ne? Komponente fürs Repetiergewerbe. Kann ich die nicht einfach runterschubsen? So? So, müsste das klappen. So. Jetzt führen wir das mit Wasser. Und dann müsste es schwerer werden, dann reißt du den ganzen Kran runter. Hättest du sie niemals geschafft. Hättest du sie niemals geschafft. Ah! Ah! Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Vitesch. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, etwas anderes. Aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas. Auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Entschuldigung. papier … … … … … … … … Hm.